mal kurz weg professionalität ja mehr sage ich dazu nicht das sind wir ja von dir schon alles gewöhnt und da oben steht wieder nur werkberg eine workbench ist ja toll weil viel viel mensch wenn ich ich finde im letzten part habe ich auch schon einen gefunden na hat es da gerade den klippen fehler und ich habe eine höhle gesehen ich muss in der folge und dem dass ich mit dabei bin und so du verstehst man marvin immer diese idee und gar nicht was soll ich da dann kommen länger machen halt nein sonst 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 kommen wir ja gut jannik jannik ist halt jannik muss man verstehen immerhin habe ich jetzt wieder was weiß ich die nächsten folgen machen kann und ich habe kein platz im inventar stirb kuh dafür musst du jetzt sterben nur weil du eine kuh bist ich wollte cool geh weg zon bi oder ich dich haunt tot geh weg oder ich dich haunt tot der deutsch krass Krasse deutsch skills das muss man dir schon lassen Nein Skelett du kommst jetzt nicht hier hoch und versuchst mich hier runter zu schießen Das seh ich nein 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 Böser zombie scheiße alter was versammeln sich da vorne die Alter ich sollte echt mal hier auf dem dach ausleuchten Besten mit vielleicht mit ein bisschen close down Lass mich mal bitte runter ins Lager Ab ins Lager toll Wir könnten ja auch das close down powder zu close down verarbeiten Oder soll ich den Boden auf nein So jetzt habe ich 30 close down Wenn ich das Draußen sind die monster horten und ich habe Und bewegt mich willkürlich weiter Die liebte die so lassen wir überlegen Da Du kannst ja ein später mit benni aufnehmen Irgendwann Ich glaube benni irgendwann noch Äh quatsch Wollte janik nicht noch in den stream kommen oder hat mir das vorhin auf twitter geschrieben glaube ich Ach es ist janik komm Okay du hast recht Ach geile janik Was erwartest du Was erwartest du Hallo zombie Na wie geht's Du 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 Nein du danke Das ist auch toll wie der zombie Gerade einen schritt vor mir stirbt ne Du bist zu hässlich für ihn Ja ich weiß Ach das geht's ja nett Du 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 Mee Oh der Part wird wieder so ewig Das ist jetzt wirklich ein ewiger Part Also der ist jetzt schon bald länger als eine halbe Stunde Genau gerade Du 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 Am besten Schuld ist das mal wieder Genau alles meine Schuld Doch Nein Ich hab ne Idee So Aber das wird toll ich stocke das Lager jetzt praktisch auf Wenn ihr jetzt wisst was das für euch da ist Wenn ihr jetzt wisst was das für euch da ist So und was ich auch mal mache ist hier ein bisschen ausleuchten Der Chat ist auch grad wieder tot Ach was Hält der ja früher auf Na Irgendwie würde ich doch aber ganz gerne ein Loch oder so beimachen Du musst wissen Da ne Das weiß ich nicht Ob da und da oder wie war das Wirkenholz ist das Nein das schon mal gar nicht Weil da die Wand ist Nein das schon mal gar nicht weil da die Wand ist Und da 6 1 2 3 4 5 6 Da Da Und da in die Ecken haue ich ein close down ein Oder wie es auf luxemburgisch so schön heißt Lichtstain Hm da fehlt mir noch etwas Holz Hm Na Das da und da Nur noch ein bisschen Ich hoffe ich habe noch Birkenholz Wenn nicht dann wäre es ziemlich doof Der 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 Ah da ist Birkenholz Cool Da ist Birkenholz Flur bist du noch da Flur bist du noch da Ja ich bin noch da Keine Sorge Ich bin noch grad beschäftigt So Also ich bin in einer kreativen Phase ne Krass Geil Falle ich einfach mal so rund Weil ich es kann ne Wäre auch mal ne Idee irgendwie das Skelett daraus zu locken Tum das Eigentlich Ach stimmt da habe ich Habe ich mich da mal hoch gegraben Oder runter gegraben Habe ich mich da Glaube ich mal ne Das ist wahrscheinlich der Sinn dahinter Mhm Da ist auch wie ich jetzt hier den Zugang langsam Abmauer ne Jo So So hier die Geschichte müssen wir dann auch abmachen Ja Na wer erkennt's Äh Keine Ahne Ups Was war das? Was war das? Was war das? Das da ist Spice & Tears Krass Also aufbauend Oh ich hab mehr So Der Oh Ah Wie es aussieht muss ich hier wohl doch nochmal mehr abholzen Ich sag abholzen Obwohl ich hier von Erde und Steinen rede ne Ja, er spürt Ahnung. Was würden wir noch machen, wenn ich keine Ahnung hätte? Das 5Gamer wird niemals stattfinden. Ja. Ja. Genauso wenig ohne Bennys Flachwitze. Keine Ironie verstehen. Nicht Ironieverständnis. Ohne die ganzen Ju-Witze. Ohne die Ju gäbe es keine Ju-Witze. So, jetzt nur noch... Ja, genau. Was würden wir nur ohne die Ju-Witze machen? Das 5Gamer wird immer das 5Gamer. Okay. Ja. Ja. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Wow. Okay. Ich glaub der Chat hat sich jetzt eh komplett verabschiedet, ne? Hält dir mal früh auf. Ich bin Flo. Nein! Ja, um mein... Und nicht zu vergessen mein frühes äh... Ja. Verständnis, ne? Mir fallen die Dinge immer als allererstes auf. Ja. Wird euch schon aufgefallen sein, ne? Achja. Das hier sind wirklich ein paar schöne 5Gamer Parts. Ja, okay. Der Chat ist eh tot, weil... Oh nein, ne doch. Gerade wenn es mir auffällt, läuft OBS. Das OBS hängt, äh, läuft OBS wieder, ne? Wenn noch irgendwer im Chat ist, dann schreibt der jetzt mal, hey, ich bin noch da. Wenn nicht, kann ich den Chat auch wieder ausblenden. Wenn nicht, nein. Drei Stunden später... Stille. Ich glaub das ist keiner mehr da. Ich glaub das ist keiner mehr da. Na, du musst auch noch den, äh, Delay bedenken. Drei Stunden später stille. Ich weiß nicht mehr. Das war ne Antwort auf den Witz. Das war ne Antwort auf den Witz. Das war ne Antwort auf den Witz. Wow. Das wird so nix, weil ich ja gerade mache, glaube ich. Äh, wir müssen auch gucken, dass wir ne Zufälle aufnehmen, da? Wie gesagt, ich kann den nach sowieso nix, nicht mehr. Flo? Wie gesagt, ich kann den nach sowieso nix mehr. Was? Wie gesagt, ich kann den nach sowieso nix mehr. Oh man sag ich immer, fast 40 Minuten. Jaja. Das da waren jetzt zwei Parts. Ah, Baku ist da. Guck mal. Hashtag Werbung. Immer diese Werbung, ey. Na. Ey. Du dumm, 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 dum Ach, Flo. Ach, Marvin. Das passiert gerade so wenig. Ich glaube, ich stehe nicht hin und her und du machst irgendwas anderes. What? Und ich, einfach Mikro um. Ja. Ich hab's gesagt, einfach mehr Mikro um. Toll. Professionell, wie immer. 1, 2, 3, 4, okay, passt. Ja, Professionalität, wie sie im Buche steht. Wie immer halt. Was tue ich hier eigentlich gerade? Ich glaube, gleich splitte ich das hier wirklich in zwei Parts. Ja, von mir aus gerne. Ja, Nick würde das glaube ich schon längst machen. Erst da sieht jetzt mega toll aus, muss ich schon sagen. Boah, was war das? Boah, was war das? Ach ja. Boah, wie ich das komplette Lager hier eigentlich noch mal einreißen muss. Also ich musste das komplette Lager einreißen. Ich muss bloß Deckung um eins erhöhen. Wir sind bei 43 Minuten. Weißt du was? Jetzt können wir den Part noch ein bisschen länger machen, dann splitte ich ihn wirklich in zwei Parts auf. Äh, ja, mein ich doch. Ja. Das wäre dann glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, Part 46, 47 und 48. Das heißt noch ein Part nämlich dann wahrscheinlich irgendwann mit, oh, 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 oh. Heute oder morgen mit Benni auf, also bald Nacht. Ja. Besser gesagt. Oh Gott, Zombies. Oh Gott, Zombies. Oh Gott, Zombies. Ja, das ist ja das Problem, wir können, wir, wir müssen praktisch zwischen dem, äh, 23. und 25. auch hinaufnehmen. Du musst auch ganz oft nicht da. Ja, wie gesagt, äh. Aha. Geh weg! Nein, 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 nein. Mal wie ne Kampf gegen ein Zombie. Geben Hoffnungs um ein Kampf. Okay, passt. Oh, ich habe auch noch die Effizienz 2, ja, spitz, guck mal, wer da ist. Hallo Maxi. Ich glaub jetzt hat Buckle kaum ab. Oder, doch. Jetzt hat Bagnum ab, ne? Jetzt, jetzt geh ich wirklich. Beziehungsstress, ne? Nein, ja genau. Beziehungsstress. Sag ich doch. Mit der mit Abstand besten Quali in einem Livestream. Ja, definitiv. Gibt keine bessere Quali. Oh, das da hab ich ja jetzt aber wirklich doof gemacht. Hä? Ich bin krass dumm für alles. Gut. Gut kombiniert. Gut kombiniert, Sherlock. Gut kombiniert, Sherlock. Muss man schon sagen. Ach ja, das da ist. Das da ist das Splatoon Rock Cover. Hm. Ja. Hä? Bin ich dumm? Ja. 43 Minuten. Ne, 44 Minuten. 43 Minuten. Jetzt können wir Splitten. Jetzt können wir Splitten. Ja. Du hast ja gesagt, wir können den Part noch lang machen. Ja, damit halt ich so 35 Minuten. Wir können den Part noch ein bisschen länger machen. Alter, aber was soll's. Weil ich gedacht hab, dass du weg müsstest. Ich hab so 35 Minuten gedacht, aber wenn du hier noch 5 Jahre dranhängst, ist mir das egal. Solange ich nicht genervt werde, deswegen ist alles gut. Mist. So. Passt das? Wow, wow, wow Alles gut Marvin, erschreck mich bitte nicht Ah, noch ein Zombie Wäsch, die ja ganz verbunden, ne Nein, nicht runterfallen Hä, was hab ich jetzt gehauen Wow, der Zombie, der weggeflogen ist Nice Ja, zum Beispiel, ich kann fliegen Ab sofort, seit neuestem Cool, cool, hab ich noch gar nicht Cool, geil, neue Bordschöpfung Mischung aus cool und gut Cool Okay, ciao, Maxi Hä, hä, wo sind die Rests? Wo sind die Rests? Wo sind die Rests hin? Den Reststeine, den ich hatte Scheinbar schon Sind schon alle wieder verbaut? Äh, ich bin jetzt auch mal dafür, dass wir die Parts endlich mal beenden Nein, 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 haus noch Wasser Ja, die Parts ist mir egal Du meinst die Parts Ach, weiß was, warten wir noch gerade bis ich 50 Minuten Aufnahme habe Das wären dann Das wären dann, keine Ahnung So um die Das wären dann zwei 24 Minuten Parts etwa Was mache ich da eigentlich? Da muss ich doch eh wieder ein machen, ne Oh, anstrengend alles Oh, ich hab schon gerade gedacht, der wird nicht springen, ne So wenig Ich stelle mir sowas vor, dass gerade Kronk einfach in den Stream kommt oder irgendwie sowas Oh Egal Was? Was? Ring Oh, da ist noch Oh Lecker Fidolo versuchte zu singen Doch Nein 48 Min Wow, ich komm hier nicht mehr raus Wow, wow, wow Ich hab schon 49 Minuten Ja, das ist so früh angefangen aufzunehmen Nicht Ja, ich kann's halt Obst, ist jetzt mir über das Feld gesprungen? Egal Hallo, Zombie Na, wie geht's? Kommt's jetzt nicht Der kommt jetzt nicht wirklich hier, oder? Zombies können ja nicht springen, also Egal Hat sich schon eh erledigt Der Zombie ist eh Elendig vom Kleist Tot Ja Der 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 Atom Kommt, komm, 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 komm Das hier würde ich jetzt noch grad die Steine da fertig verbauen Es ist so ruhig Es ist creepy Du findest, also ich hab's ja eigentlich nicht gerade ruhig, ne? Ja, ich auch Liegt wahrscheinlich daran, dass ich Musik im Hintergrund laufen hab, ne? Aber trotzdem Ja Ich glaub, das mach ich in Zukunft öfters, dass ich die Musik im Nachhinein rein editier, sondern schon vorher mach, ne? 50 Minuten Also wir beenden den Part jetzt hier an dieser Stelle Ja Tschau Wenn ihr euch gefallen habt, könnt ihr einen Daumen nach oben geben Ansonsten Ansonsten könnt ihr das Video auch gerne favorisieren Ansonsten Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Also dann Bis zum nächsten Mal Tschau und Tschüss Tschüss Auf Wiedersehen und Tschüss Jetzt hatte ich meine Aufnahme schon beendet, Marvin